Hallo Leute, hier ist Maxwell und ich möchte dieses Video heute mal nutzen, um mich bei euch zu bedanken, aber damit ihr nicht nur auf meine Base gucken müsst, während ich sage, was ich sagen möchte, zeige ich euch hier ein oder zwei Replays mal, währenddessen bin jetzt gerade in FPC Germany und wir gucken einfach mal, was Bucket hier so gemacht hat, während ich sage, was ich sagen will. Also, ja, ich bin jetzt bei 250 Abonnenten angekommen auf YouTube und ich bin ziemlich happy darüber, also es ist für mein Gefühl jetzt ziemlich schnell passiert in letzter Zeit, also von 100 auf 250 irgendwie jetzt ziemlich fix, gerade die letzten Tage waren extrem krass, ich habe dann pro Tag sehr, sehr viele Leute neu dazugewonnen, das freut mich natürlich, wenn das so wertgeschätzt wird auch, was ich mache auf meinem Kanal. Aber mir macht es einfach sehr viel Spaß gerade, also für mich ist kein Geld oder irgendwas eine Motivation, ich verdiene sowieso noch kein Geld damit, also wer sich vorstellt oder wer glaubt, dass man in solchen Maßen, wie ich jetzt bisher das mache, damit Geld verdient, das ist auf jeden Fall nicht so. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht meine Motivation, mir macht es einfach Spaß, Videos zu machen, mir macht es Spaß, Clash zu spielen und vielleicht auch noch das ein oder andere weiterzugeben oder auch einfach zu zeigen, wie es bei uns so läuft bei DLZ. Ich möchte mich natürlich bei meinen Clans bedanken, bei der Dark Looters Family und dann natürlich bei jedem einzelnen von euch, all meinen Abonnenten, die meine Videos sich angucken und auf Abonnieren gedrückt haben. Das ist eine richtig coole Motivation, wenn man halt sieht, dass es auch geschätzt wird, dass die Leute auch kommentieren, dass sie sich das gerne angucken. Das macht richtig Spaß und um das ja zu zeigen, dass mich das auch freut, teile ich das auch gerne mit euch in dem Video. Unten in der Beschreibung ist wieder eine iTunes Giftcard, also da ist ein Code versteckt, den könnt ihr versuchen einzulösen, wenn ihr schnell genug seid. Dann, ja, gibt es 15 Euro. Ich hoffe, das kommt natürlich gut an, da gehe ich einfach mal von aus. Ich plane mein nächstes Spezialvideo bei 500 Abonnenten zu machen, da werde ich dann wahrscheinlich was mit Facecam machen und auch einen von euch irgendwie mal einen klaren Besuch machen, einen klaren Krieg bei euch mitmachen, wenn ihr mich mitmachen lasst, da werde ich also einen Klaren mal besuchen. Vielleicht sind wir ja schon bald bei 500 Abonnenten, dann kommt das schneller als gedacht. Das ist hier in Zufall so mein Plan gerade. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht, jetzt werden wir mal hier ein bisschen den Bucket mal beschleunigen, dass der seine drei Sterne hier zusammenholt. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Macht mir riesig Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Ich habe momentan mehr Spaß, als ich je gehabt habe beim YouTube-Videos machen und werde auf jeden Fall weitermachen. Ich habe ja momentan, ihr habt es vielleicht die letzten Tage verfolgt, mehr als ein Video pro Tag sogar gemacht, weil ich so viel, also gar kein Problem habe, gerade so viel Content auch zu produzieren. Weil es einfach so viel gibt, auch was man teilen kann, was man zeigen kann, finde ich jedenfalls. Und ja, deswegen, ich mache auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, euch gefällt es. Und das war es auch schon, was ich heute sagen wollte, kurzes Video. Aber ich wollte einfach Danke sagen. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten echten Clash-Video dann wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.